Das sind die Hauptpunkte? Genau. Wahnsinn. Das sieht ja auch mal amtlich aus, mein lieber Scholli. Upp ist auch schon dran? Macht auch richtig Lärm. Das probiere ich aus. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder hier aus Dortmund. Ich bin bei Caterpillar hier in Dortmund, da wo die großen Bagger gebaut werden. Und ich habe euch im ersten Teil ja bereits gezeigt, wie der ganze Stahlbau funktioniert. Und heute schauen wir uns an, wie der 60-30, den wir schon im Stahlbau angefangen haben, wie wir den kompletieren, damit der Bagger demnächst in den Einsatz gehen kann. Dirk und ich, wir haben uns wieder richtig schick gemacht, weil Safety First. Guck mal, wir haben schöne gelbe Westen, wir haben schöne Anstoßkappen und schöne Brillen, damit nichts an den Augen passiert. Wir bauen heute den 60-30 mit euch. Dann sagst du jetzt, wo es lang geht. So alles, was im Stahlbau zusammengebaut worden ist, geht in die Lackiererei und danach in die mechanische Bearbeitung für die großen Bauteile bzw. für die Module hier in die Endmontage. Das heißt, so ein riesen Bauteil hat die Lackierkabine dafür. Ja, genau. Ich würde sagen, gelbe Farbe ist angemischt. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich bin hier mit meiner Truppe für das Lackieren, für das Sandstrahlen verantwortlich. Das heißt jetzt hier, das kommt aus dem Stahlbau, das zum Beispiel, sowas haben wir ja auch gesehen. Ja. Was passiert jetzt damit? Die Gewinde werden geschützt und kommt dann in unser Stahlhaus und wird dann gestrahlt, so dass die Oberfläche bereit für den Grundieranstieg ist. Können wir da mal was sehen? Also das ist das Produkt, wie es hier ankommt und so sieht es dann nachher aus, wenn es fertig ist. Wie lange braucht er für das Stahl? Ja, das geht eigentlich relativ schnell. Also die Stunde oder was für die Seite. Oh, wirklich? Wenn du so einen 60-60 Oberwagen hast, dann hast du schon was zu tun. Was passiert hier unten? Das ist der Querförderer und zwar, dass der quasi immer wieder nachfördern kann. Das heißt, das wird wiederverwertet. Richtig, du bläst den Sand ab, er fördert den hinten in den anderen Querförderer und das geht hoch ins Becherwerk und füllt da durch den Kessel wieder auf. So, man kann ja hier auch erkennen, das ist der Durchlass für den Drehkranz. Die Grundplatte für den 60-60 und diese vier Bohrungen, das ist die Aufnahme für die Schwenkgetriebe, die nachher eingebaut werden. Genau, die Schwenkgetriebe, dann haben die die Zahnräder, die Antriebe, da sitzt der Zahnkranz und dann dreht sich das Ganze ab. Dann geht's weiter, ne? Machen wir mal Farbe drauf. Hier ist die Lackiererei. Das ist das Fahrerhausmodul 60-20b. Oben drauf sitzt das Fahrerhaus an sich. Und hier unten finden wir einen Großteil der Bordelektrik. Da vorne haben wir den Langträger, den haben wir dann in schwarz gemacht. Den habt ihr auch hier komplett lackiert, oder? Der war gestern noch im Strahlhaus, wurde dann von der Qualitätskontrolle abgenommen und wurde jetzt hier grundiert und lackiert. Was ist das für ein Lack? Ist das ein 2K-Lack oder ein Einkomponentenlack? 2K. 2K. Und hier ist ja relativ warm. Wie viel Grad haben wir es hier? Soll ist 60 Grad im Trocknungsverfahren und im Lackierverfahren um die 20. Oh, wenn du jetzt hier dran fasst, dann merkst du auch, komm her, fass mal drauf, wie warm das ist. Also das ist wirklich, kannst du dir auch ins Bett legen, um das Bett anzuwärmen abends. Ja, einfach drunter legen, ne? Genau. Sieht auch ganz gemütlich aus. Was hat das auf sich? Hat das irgendwie, dass diese Ösen pink sind? Die sind farblich gekennzeichnet und werden für entsprechende Gewichte zugelassen sein. Ja, und hier sieht man jetzt auch, ne? Guck mal, hier hast du die Gummistopfen drin, ja, das Gummi. Und das machst du einfach mit Fett, damit, wenn hier Lackiernebel dran kommt, damit du diese Auflageflächen für die... Das ist Versiegelung, damit da kein Flugrost... Richtig. Ich bin wieder aufgewärmt, wie ist es mit euch? Ja, angenehm warm, ne? Aber trocken. So, okay. Du, das geht sogar einigermaßen. So ein bisschen Seifenkisten-Feeling. Die Lenkung ist so ein bisschen wie in so einem Kinderkarussell. Da hast du aber keinen Widerstand. Du kannst einfach... Wer fährt denn da mit immer? Du fährst da mit? Ja. Benutzt du da auch immer das Fahrerhaus? Ja, ja, klar. Für weitere Strecken oder so oder auch Mittagski fahren wir da mit öfter schon mal. Und was hast du hier motorseitig montiert? 170 PS. Also gar nicht so viel, ne? 15 Tonnen wiegt das Gerät? Ja. 5 Tonnen die Palette und Zuladung bis 75 Tonnen. So was kannst du damit auch transportieren? Oder ist das schwer? Also alles, was hier gebaut wird, Oberwagentraversen bis 6060, können wir damit komplett verfahren. Lustige Nummer. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Flughafenschlepper, ne? Ich glaube, die Firma baut auch Flughafenschlepper. Würden wir eigentlich mal fahren, oder? Stell dir mal vor, da mit dem McDrive. Sehr entspannt, wenn du keine Ladung drauf hast. Oder sogar einen Vorsichtplatz, ein bisschen. Das ist eng. Jetzt sehe ich hier eine Menge Komponenten. Ja, das sind die Kabinen. Das ist für andere, ist das schon eine Einzimmerwohnung, oder? Wir haben den Platz auf dem Gerät. Der Fahrer soll sich wohlfühlen. Einwandfrei. Ist also noch nicht wirklich fertig, da fehlt noch so einiges. Also das sind also keine Getränkehalter, sondern da kommen die Joysticks rein. Und hier kommt noch eine große Bediensäule hin mit den ganzen Armaturen und Anzeigegeräten. Klimatisierung. Und hier ist so der Trainersitz. Genau, das ist der Trainersitz. Den kann man hoch und runter klappen. Und da ist aber auch gute Laune, ne? Wenn du hier deine Prüfung hast, dann darfst du den Prüfer da im Rücken sitzen, im wahrsten des Wortes. Ja, der Fahrer sitzt im Rücken. Bist du ein bisschen unentspannt? Das ist korrekt. Hier siehst du auch Isolierung, Schall und Wärme, Bekälte. Genau. Und wir haben ein sogenanntes Fopsdach integriert, wo man halt vor fallenden Objekten geschützt ist. Ja, hier sind wir schon einen leichten Schritt weiter. Man sieht, hier sind außen schon Sonnenblenden dran. Darüber hinaus kann man hier auch schon erahnen, wie das im nächsten Schritt aussieht. Wir haben also da die Bediensäule, die noch verkabelt werden muss. Diese Säule. Ich hatte am Anfang gedacht, ihr hättet da vielleicht so ein Stativ und dann oben so ein Bedienpanler. Das ist ja wirklich komplett. Nein, das ist aber schon sehr massiv. Das ist jetzt der Turm, auf dem die Kabine oben aufsitzt? Genau. Das ist das Fahrerhausmodul hier für ein 60-60 und da kommt dann später jede Menge Elektroanlagen ins Wein. Kann man da reingehen? Klar. Ja, auch gemütlich. Wozu sind hier Luftfilter? Ist hier der Motor? Nein. Darüber belüften wir die Elektroanlage. Hier kommt gleich in diesem vorderen Bereich ein großer Scheitschrank und damit der Staub frei gehalten wird, wird er unter Luft gesetzt. Ja, hier haben wir nochmal ein sogenanntes Ölkühlermodul. Es sitzt also auf der gegenüberliegenden Seite vom Fahrerhausmodul. Da wird also das Hydrauliköl aus dem gesamten Hydrauliksystem runtergekühlt auf Getriebsdemperatur. Wir haben separate Kühlpumpen, die also permanent das warme oder heiße Hydrauliköl aus dem Tank absaugen und einen separaten Kühlkreislauf zuführen. Und offensichtlich die Lüfter sind auch hydraulisch angetrieben, ne? Genau. Die Lüfter werden also hydraulisch angetrieben. Das ist genau das gleiche wie Kühlern für die Motoren. Die Lüfter werden also auch nicht über den Keilriemen angetrieben, sondern separat über die Hydraulik. Hier vorne hat man, glaube ich, auch Lüfterräder gesehen, ne? Ja. Also wenn ihr hier die Masse mal in Bewegung setzt, dann merkst du auch, was da für eine Energie hinter sitzt, ne? Genau. Wahrscheinlich hat dieser Hydraulikmotor auch schon wieder... Der wird auch um die 15 kW vielleicht oder sowas haben. Als grobe Richtlinien der Motorkühlung. Die Kühlleistung ungefähr 5% von der installierten Motorleistung. Ist das die Seite, wo der Abtrieb vom Motor drankommt? Können wir mal hin, wenn wir uns das mal näher ansehen. Wohl, erklärt sich von selbst die Frage. Andere Seite ist offensichtlich die Motorseite. Und das sind die entsprechenden Antriebspumpen, die also dann in das Motormodul später mit eingesetzt werden. Die Hauptpumpen sind für die Arbeitsausrüstung, also sprich die Zylinder verantwortlich, sowie für den Fahrantrieb. Und wo ist der Tank? Der Hydrauliköltank ist relativ zentral im Gerät. Den können wir uns da vorne an dem Motormodul ansehen. Ja, das ist die Hydrauliköl- oder die Ölseite vom Motormodul. Und auf der anderen Seite finden wir dann die Motoren, die die ganzen Pumpen antreiben. Das sieht ja auch mal amtlich aus, ne? Ja, kann man also ganz gut erkennen hier oben. Das in der Mitte, das große Teil, ist also der Hydrauliktank. Das heißt, hier ist wirklich die Lebensader. Das ist die Hauptpumpleitung. Das ist die Ansaugseite. Ja. Also Niederdruck sozusagen. Wahnsinn. Das sind die Hauptpumpen? Jeweils pro Antriebsschrank zwei Hauptpumpen und zwei Schwenkpumpen. Der Motor ist also quasi zweimal in einer identischen Form vorhanden. Das heißt, das Gerät könnte auch nur mit einem Motor fahren. Im Notfall? Im Notfall. Wie viele kW haben die Motoren jeweils? Der 6060 hat in Summe, muss ich kurz überlegen, 3000 PS. 3000 PS. Wenn du jetzt mit 3000 PS mit zwei Motoren arbeitest, sind dann beide Motoren im Regelfall wirklich auch auf Volllast? Oder sagt man dann, naja, man hat 3000 PS maximal im Grundbetrieb, läuft man aber ja so vielleicht mit zwei Drittel der Leistung? Genau. Also es kommt erstmal immer darauf an, wie der Bagger ausgelastet ist. Dann sehen wir bei so einem 6060 Lastfaktoren bis zu 80 Prozent ungefähr. Der Ladezyklus ist also für den Motor sehr, sehr unterschiedlich von den Anforderungen her. Die größte Last tritt eigentlich auf, wenn die volle Ausrüstung gehoben werden muss und gleichzeitig auch geschwenkt wird. Das heißt, wenn du dann im Notfall wirklich nur mit einem Motor agieren musst, dann hast du schon eine Einschränkung. Ja, genau. Ich habe dann eine derartige Einschränkung, dass ich langsamer werde, weil ich weniger Öl habe. Allerdings habe ich aufgrund der wirklichen Redundanz die Möglichkeit, alle Bewegungen zu fahren. Ich habe den gleichen Arbeitsdruck im System. Das heißt, an meinem Grabgefäß, an den Zähnen, kommt die gleiche Grabkraft an. Also ich kann alles graben, was ich vorher auch graben konnte. Nur da, wo ich wirklich richtig Ölfluss und Ölmenge brauche, das ist insbesondere dann, wenn ich die volle Ausrüstung heben will, dann habe ich eine reduzierte Arbeitsgeschwindigkeit. Die Leistung des Gerätes geht bei Ausfall eines Motors auf 60, 65 Prozent. Also du hast die gleiche Leistung, die du heben kannst, nur eben auf Kosten der Geschwindigkeit zurecht. Okay. Deswegen auch Redundanz bei den Pumpen. Genau. Das sind Cat-Motoren? Das sind Cat-Motoren. Das ist ein 35-12. Der hat 12 Zylinder, knapp 59 Liter Hubraum pro Motor. Das hier? Das ist der Diesel-Tank. In Summe 13.000 Liter. 13.000 Liter? 13.000 Liter. Auf zwei Tanks aufgeteilt? Auf zwei Tanks aufgeteilt, genau. Wie lange kommst du mit 13.000 Liter aus? Wenn es richtig gut läuft, einen Tag. Einen Tag? Genau. Wir haben also hoch ausgelastete Geräte, die wirklich permanent arbeiten, wenig Pausen haben, bei einem hohen Lastfaktor über 400 Liter Diesel in der Stunde verbrauchen. Man muss sich das ja mal vorstellen. Du hast irgendwie drei mittlere Lkw, die du mit jedem Mal alle 30 Sekunden hochhebst. Oder 60 Stunden am Tag. Jetzt haben wir hier die ganze Modulseite und das ist jetzt der Oberwagenrahmen? Das ist quasi das Grundgerüst, wo die einzelnen Module nachher dran montiert werden und am Ende des Bandes sehen wir dann, wie das als kompletter Bagger aussieht. Wird jetzt eigentlich auch sehr gut, finde ich, anschaulich diese ganze Modulbauweise, weil hier siehst du ja da vorne, der hat jetzt hier an der Seite schon ein Modul dran. Ja, genau. Das ist also hier schon montiert. Das Motormodul dahinter sehen wir auch. Was sind da die ganzen Schlauchleitungen, Zentralschmierungen? Genau, das ist die Zentralschmieranlage, die also die ganzen Schmierverteiler bedient. Das da oben ist der Hauptbolzen, der den Oberwagen oder Oberwagengrahmen in diesem Fall direkt mit dem Ausleger verbindet. Und da liegen dann oben die Kräfte an? Da gehen natürlich sämtliche Grabkräfte, die dann aus der Ausrüstung kommen und über das Grundgerät abgefangen werden, da durch und dementsprechend muss der auch einiges aushalten. So, der hat die Kabine schon drauf. Genau, das ist jetzt ein 60-40, ist der große Bruder vom 60-30. Ich finde, sieht aber prinzipiell gar nicht so viel größer aus, zumindest jetzt. Genau, man muss immer denken, der Bagger ist ja natürlich auf einmal nicht doppelt so groß in allen Dimensionen und dann sieht man die 100 Tonnen, die am Meer wägt, also nicht auf dem ersten Weg vielleicht. Er kümmert sich jetzt um die Verschlauchung und das sind wahrscheinlich die Schwenkmotoren, Genau, das sind also hier die Motoren, die auf den Schwenketrieben sitzen. Davon gibt es drei, eins ist doch im rückwärtigen Bereich. So, und wir sind ja jetzt auf Oberwagen, das heißt Unterwagen ist ja hier nicht dran. Das wird dann also quasi erst im Feld das erste Mal mit dem Oberwagen verbunden. Warum nimmst du eigentlich einen Ratschenschlüssel und keine Knarre? Bequemer. Ist bequemer? Ist viel bequemer. Wenn du jetzt hier hingehst und das kompletieren musst, die ganze Verschlauchung, guckst du vorher auf den Plan oder bist du so tief in dem Thema, dass du auch siehst, die Leitung kommt da dran, da dran, da dran? Wir gucken schon auf den Plan, weil es kann eine Änderung vorkommen, da müssen wir uns auch mal absichern, dass wir jetzt nicht neue Schläuche bekommen haben oder hier ist eine Änderung mit Krümmung, da müssen wir vorher einmal nachgucken. Hast du noch diese Faszination, wenn du jetzt quasi ein Gesamt oder ein Teil von diesem Gesamten bist, dass so ein Gerät auf einmal so aussieht und irgendwann... Das macht halt Spaß, am Ende ist das ein riesiger Bagger. So, das ist jetzt unser Schätzchen, 60-30. Genau, das ist er. Sieht für mich noch nicht aus wie ein richtiger Bagger, da fehlt ja noch ein bisschen so Ausleger, Ausrüstung. Was du meinst, also so sieht der Bagger aus, wenn er hier fertig ist. Komplett bauen wir den nur beim Endkunden auf. Lasst ihr die hier einlaufen nochmal? Die Motoren, die sind natürlich vorher gelaufen, das hört sich immer spektakulär an, ist es aber nicht, weil die Motoren laufen, aber nichts bewegt sich. Eben, ich sehe gar keinen Zylinder hier. Der Hauptsteuerblock für die Arbeitshydraulik sitzt vorne auf dem Ausleger. Der liegt also hier vorne vor, um den Testlauf durchführen zu können, um die Hydraulikfunktion abzuprüfen. Aber den haben wir hier, weil der Bagger quasi für die Demontage vorbereitet ist, schon abtransportiert. Das heißt, wir können aber mal hochgehen? Wir können mal hochgehen, der Bagger ist also komplett eingefahren. Hup ist auch schon dran? Funktioniert die? Die macht auch richtig Lärm. Das probiere ich aus. So, jetzt hast du auch irgendwie ein Gefühl von der Größe, weil hier könntest du auch dir schön irgendwie so eine Sonnenterrasse bauen. Ja, Platz genug ist da. Hier sehen wir auch zwei Luftfilter pro Motor. Dann das ist... Das sind die Ausgleichsbehälter für die Wasserkühler. Ausgleichsbehälter hast du hier oben sitzen. Das ist also das, wo du bei dir beim Auto Kühlwasser nachfüllen kannst. Genau. Das machen wir... Aber die sehen beim Auto ungefähr so groß aus. Genau. Das ist die Abgasanlage. Da sitzen die Schalldämpfer drauf. Das sind auch welche, die wir nur zum Einfahren nehmen. Fürs Feld kommen dann entsprechend andere noch drauf. Und was haben wir da? Das ist einmal ein Batterietrennschalter. Ja. Und einmal ein Trennschalter für den Starter der Motoren. Wenn also an dem Gerät gearbeitet wird, kann also entweder der Motorgegen wieder einschalten, gesichert werden oder das Gerät komplett im Ganzen spannungsfrei geschaltet werden. Okay, was Sinn macht, dass du sagst, du möchtest nicht, dass jemand versehentlich den Motor anlässt, aber du brauchst halt die Spannung, um halt die Systeme zu überprüfen. Genau. Und wenn du da selber dran arbeitest, kannst du da auch selber entsprechend einen Schloss reinhängen, um das zu sichern. So, und das ist hier so das Belvedere, so die Aussichtsplattform. Genau. Ausprobieren ist noch nicht so viel, ne? Der wird also quasi wieder in die einzelnen Module, die wir vorher gesehen haben, verlegt, geht dann auf die Reise und wird dann, ja, im Beckum, das erste Mal komplett aufgebaut. Aber die Hupe geht und reinsetzen geht auch? Die Hupe geht und reinsetzen geht auch, ja. Das will ich jetzt mal haben. Kann mir das jetzt schon vorstellen, ne? Also Platz ist satt, ne? Und wenn du jetzt hier auch die Sticks bewegst, das ist ja alles klar mit Vorsteuerung, das ist ja so einfach, ne? Ja, das ist... Und wenn du nachher, ich finde, da kommt nachher diese Faszination, wenn du merkst, dass du mal eben hier 30 Tonnen mit einer Löffelladung bewegst. Und du machst das hier mit dem kleinen Finger, ne? Ob du einen kleinen 2 Tonnen oder 300 oder 600 Tonnen Bagger hast, die Bewegung ist die gleiche. Das finde ich gut. Ich habe heute Morgen noch im Auto gesagt, Mensch, das geht alles nur noch über Touchscreens, Heizungsbedienung. Hier hast du mal wirklich ganz oldschool so ein Riesendisplay, ein großer Bildschirm. Haben wir Strom hier drauf auf dem System? Wir haben jetzt momentan keinen Strom drauf, nein. Das heißt, Hupe geht nicht? Die Hupe geht jetzt gerade nicht, nein. Da enttäuscht du mich? Ja, tut mir leid. Das heißt... Schlecht vorbereitet. Das Hupen müssen wir verschieben. Wenn wir das Gerät wirklich mal aufbauen, ne? Normalerweise hupen wir auch hier nur dann, wenn wir die Motoren anlassen. Oder wenn die Leute vom Film da sind. Oder wenn die Leute kommen, genau. Was du auch damit machen könntest, noch sonst so, ne? Dann hast du ja die Klappschaufel, da könntest du ja auch mal eben dir so ein Auto mal schnappen. Ja, das könntest du dir nehmen und auch direkt zerkleinern. Oder erst mal aus der S-Klasse das Cabrio machen, weil Mercedes liefert das ja leider nicht als Cabrio. Wenn man das vorzieht, kann man sich das selber bauen. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Teil, wenn wir das Baby hier im Steinbruch aufbauen zu kompletter Größe, zu kompletter Schönheit und dann schließen wir auch die Hupe an und dann gibt es ordentlich mal Arbeit für das Baby. In diesem Sinne, tschüss und bis dann. Wie viele Liter Öl sind drin? Aktuell müssten 3000 Liter drin sein. 3000 Liter Öl.